Hallo, da sind wir wieder mit Cardus Debate. Diesmal mit Debate Nummer 17 und auch schon die sechste Folge online. Ich bin Corinna von Cardus und Cardus ist eine unabhängige humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Berlin. Wir haben hier auch ein Makerspace, aber wir sind medizinisch gerade vor allen Dingen in Nordostsyrien sehr aktiv. Wir waren aber auch früher schon mal auf den griechischen Inseln aktiv und in der Ägäis. Und um diese Region geht es auch heute im heutigen Debate. Und zwar sprechen wir heute über humanitäre Hilfe im politischen Kreuzfeuer. Wir nehmen die aktuelle Situation auf Lesbos und den Brand im Lager Moria am 8.9. zum Anlass, um darüber zu sprechen, wie schwierig das eigentlich sein kann für humanitäre Hilfe, Hilfe leisten zu können. Und wir schauen uns heute mal an, was da auf Lesbos passiert ist und reden über Behinderung von NGOs vor Ort, aber auch über Probleme im internationalen humanitäre Hilfesystem. Und heute sind wir tatsächlich zu dritt von Cardus hier, mehr oder weniger. Vor allen Dingen habe ich Sebastian hier, den Gründer von Cardus und davor auch schon jahrelang Erfahrungen in humanitärer Hilfe gesammelt. Aktuell leitet er bei Cardus die Emergency Response und da den Anteil der Rapid Response. Außerdem habe ich Luis hier bei mir. Luis ist Paramedic und auch Teil des Cardus Medics Teams, wobei Luis auch noch viele andere Sachen macht. Er ist auch im Medienbereich sehr aktiv und er war mit einer anderen NGO auf Lesbos und hat dort medizinische Hilfe geleistet. War auch im Moment des Feuers auf Lesbos und kann davon berichten und war in der Zeit nach dem Feuer vor allen Dingen mit Cardus in Kontakt als Berichterstatter tatsächlich. Natürlich könnt ihr euch zu Hause auch beteiligen und zwar per Chat. Den findet ihr auf cardus.org slash debate oder auch direkt im Stream. Ich bin auch Gründungsmitglied von Cardus tatsächlich, war aber zwischendurch länger mal nicht da und immer wenn ich unsere Sendung hier vorbereite, dann schaue ich mal, was Cardus so in der Zeit meiner Abwesenheit eigentlich gemacht hat und habe mir heute angeschaut, wo wir eigentlich schon in Richtung Griechenland überall aktiv waren. Wir haben ja mal einen Hilfstransport nach Idomeni organisiert zum Beispiel. Wir waren auch in der Seenotrettung aktiv und ich habe dann in unserem Archiv einen Artikel gefunden, da würde ich euch tatsächlich gerne mal ein Stückchen daraus vorlesen, weil der wirklich zu der heutigen Situation auch passt. Und zwar ist das eine Pressemitteilung vom 27.04.2016 mit dem Titel Zusammenstöße zwischen Polizei und Geflüchteten im Camp Moria auf Lesbos. Seit Dienstag ist es im Abschiebelager Moria auf Lesbos zu massiven Zusammenstößen zwischen Geflüchteten und der griechischen Polizei gekommen. Ein medizinisches Team von Cardus war die Nacht vor Ort und hat zahlreiche Menschen mit Brandverletzungen, Knochenbrüchen und Platzwunden versorgt. Jedoch wurden sie von einem massiven Polizeiaufgebot daran gehindert, in die Nähe des Lagers zu gelangen und erste Hilfe zu leisten. Der Sprecher des Cardus-Teams auf Lesbos berichtet, als wir gegen 16 Uhr vor Ort eintrafen, sahen wir nur eine große Rauchsäule über dem Lager stehen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Der Zutritt zum Lager war erst gegen 22 Uhr möglich. Laut griechischer Regierungen sind in Moria derzeit 1009 Geflüchtete untergebracht. Cardus und andere Hilfsorganisationen gehen von 4000 Menschen aus. Die Versorgungslage ist katastrophal. Die Leute sind gezwungen, sich außerhalb des Lagers mit Essen und Wasser zu versorgen. Im Camp gibt es nur braune Brühe und nur einmal Essen am Tag. Das reicht bei weitem nicht für alle. Soweit unsere Pressemitteilungen vom 27.04.2016. Einiges davon kommt ein bisschen bekannt vor. Natürlich ist das Lager seit dem Zeitpunkt massiv gewachsen, noch viel mehr überbelegt. Also wir haben das jetzt das Jahr 2020 und vor dem Brand waren da mindestens, also im und um das Lager mindestens 3000 Menschen untergebracht. In Zeiten von Covid-19 ohne Möglichkeit wirklich Distanz zu halten. Ein Wasserhahn kam da auf 1300 Leute. Also die Situation hat sich seit 2016 keineswegs verbessert. Und ja, wir sprechen jetzt hier über die aktuellen Ereignisse und ja, was das für humanitäre Hilfe in dem Kontext letztendlich auch heißt. Ich würde da gerne als erstes, Luis, von dir wissen, kannst du uns was erzählen zu der Situation vor dem Feuer noch? Also du warst ja schon vor dem Feuer eine Zeit lang da vor Ort und hast da in einer anderen NGO gearbeitet. Wie war denn die Situation so vor dem Brand? Ja, also ich bin am 17. September angereist. Also ich hatte glaube ich zwei, drei Wochen vor dem Feuer noch miterlebt. Habe jetzt natürlich nicht eine generelle Struktur gesehen, aber so genug um Einblicke zu erfassen hatte ich. Ich habe eine Woche Quarantäne gemacht und bin dann ins Camp gegangen und habe mit einer NGO gearbeitet. Die hatten am Eingang zum Moria eine Klinik aufgebaut und ich war dort im Emergency Room. Habe da quasi die Notfälle, die da reinkamen, behandelt mit Ärzten zusammen. Genau, dazu gehörte auch eine Führung am ersten oder zweiten Tag durch das Camp. Sprich, ich habe einmal den offiziellen Bereich gesehen, der ja deutlich kleiner ist als der Dschungel. Der Dschungel setzt sich zusammen aus selbstgebastelten Zelten, die die Geflüchteten da gemacht haben. Also es ist völlig außerhalb der Kontrolle der Regierung da. Und wie bereits erwähnt, war das ja mit dem fließenden Wasser. Das war halt von acht bis acht ein Wasserhahn, den sich da mehrere Bereiche geteilt haben. Vor Covid war das so, dass unsere Patienten sich hauptsächlich zusammensetzen aus Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die so in psychogene Krampfanfälle gegangen sind. Ja, dann kam ab und zu mal eine Stecherei rein oder irgendwelche Sexualgewalttaten, Delikte, sowas in die Richtung. Das war auch nicht effizient versorgt. Also das war ja alles auf Spendenbasis, was wir da hatten. Wir hatten, also wir hatten regelmäßig Nierensteine, die reinkamen, die wegen der Dehydration quasi da alle Nierensteine oder zumindest Kolikschmerzen im Nierenbereich bekommen haben. Wir hatten ein Sono-Gerät, das hatten wir, das ist im Feuer verloren gegangen. Das war auch auf Spendenbasis. Und wir konnten halt nichts anderes machen, als den Menschen Paracetamol zu geben und ihnen zu sagen, sie sollen mehr Wasser trinken. Was natürlich ein Witz ist im Vergleich zu, was wir hier in Berlin im Rettungsdienst zum Beispiel machen würden. Also es war alles wirklich nur Damage Control, wenn überhaupt. Genau. Dann hier ist es halt, also man wusste ja schon seit Februar, dass das mit Covid, dass das irgendwie in die Richtung geht. Und wenn das kommt, wird das eine Katastrophe. Also sprich, man war schon seit Februar, März, war man eben auf diese Alarmbereitschaft gestellt, dass Covid kommt. Und wenn es kommt, wird es schlimm. Weil die Menschen eben auf engstem Raum wohnten. Wie erwähnt, mit dem Wasser, mit der Hygiene war nichts gegeben. Und unsere Klinik war eben auch nicht bereit für irgendwelche Covid-Maßnahmen. Als es dann hieß, dass der erste Fall da war, also wir hatten so eine Woche Vorlauf in Mittellini, wo die Fälle alle regelmäßig gestiegen sind. Also täglich hatten wir da irgendwie 10, 15 Fälle. Und dann kam letztendlich doch der erste Fall ins Camp. Da haben wir ja alle in den Nachrichten gesehen. Und daraufhin haben wir probiert, Maßnahmen zu ergreifen. Man hat einfach gemerkt, dass das alles mehr Schein ist, als wirklich irgendwas mit Substanz. Also wir haben persönlich Schützausrüstung getragen. Es gab aber keinen Platz, um das zu wechseln. Also die Klinik bestand ja aus Zelten und Containern quasi. Es gab auch keine richtig getrennten Arbeitsräume. Deswegen haben wir keine gute Ausrüstung. Es gab keinen Ort, wo wir uns anziehen oder ausziehen sollten. Wir haben einfach nur eine Schützausrüstung angezogen. Nicht zwischen den Patienten gewechselt. Man wusste auch nicht so genau, wann und wo die getragen werden musste und so weiter. Sprich, für den Emergency Room, das war ein Bereich, wo wir es die ganze Zeit tragen mussten. Und Wundversorgung, das war ein Bereich, wo es die ganze Zeit getragen werden musste. Aber innerhalb dessen wurde halt unser sauberer Emergency Room, also wenn wir jetzt einen Herzinfarkt hatten oder sowas, der nicht auf Covid schließen ließ, der wurde in der Wundversorgung platziert. Wo eben die Menschen ja auch High Risk waren, weil die nicht gescannt wurden für Covid. Und dann eben die medizinischen Leute auch persönliche Schutzausrüstung getragen haben. Das heißt, wir sind dort ohne Ausrüstung reingegangen, während um uns rum die ganzen Facharbeiter mitgearbeitet haben. Aber es war einfach nur eine strukturelle Sache von den Räumen her. Wir hatten keine Räume, um irgendeine andere Möglichkeit zu geben. Genau. Zu der Zeit wurde ja dann ganz groß appelliert an Evakuierung und irgendwie hygienische Maßnahmen ergreifen von der Regierung oder von der EU, dass da was passieren muss, weil das so nicht gehalten werden kann. Stattdessen gab es dann eben diesen Vertrag, der unterschrieben wurde, dass eine Mauer ums Camp gebaut werden soll. Sprich, die Menschen werden wirklich eingekesselt. Vorher war das schon so, dass alle 15 Tage wurde dieser Lockdown verlängert in Verdacht. Oder ich weiß nicht genau, auf welcher Begründung die das gemacht haben. Aber die Menschen durften halt nur mit einer Ausnahmegenehmigung aus dem Camp gehen. Es gab aber noch keine räumliche Teilung quasi. Und dann wurde dieser Vertrag unterschrieben, dass die diese Mauer bauen wollen. Und daraufhin sind die Spannungen natürlich enorm gestiegen. Weil es war wirklich so, die Fälle haben sich potenziert täglich. Also wir sind innerhalb von fünf Tagen von ein auf, ich glaube, 25, 30 Fälle gegangen. Man hat probiert nachzuverfolgen, so diese Contamination-Kette nachzuverfolgen und einzuschließen. Aber es war unmöglich. Also wie gesagt, da wohnen mehrere Menschen auf ein Zelt. Es gibt mehrere Hotspots, wo sich alle zusammen waschen, wo die Essensverteilung ist, wo die Asylum-Papers beantragt werden. Es war unmöglich, das effektiv nachzuverfolgen. Und dementsprechend hat sich das dann natürlich absolut potenziert. Als Maßnahme, weil von der Regierung ja nicht wirklich was gemacht wurde, außer dieser Mauer, wurde von den NGOs dann eine Covid-Station gebaut. Die bestand aber aus Holz. Also man konnte die halt nicht effektiv reinigen. Also es war irgendwie ein bisschen witzlos. Da wurden diese 25, 30 Patienten festgehalten oder halt isoliert. Es war, glaube ich, soweit ich weiß, zum Glück keiner jetzt wirklich kritisch von den Covid-Patienten. Aber es war natürlich alles witzlos, was die Maßnahmen anging, wenn man sich anguckt, wie eigentlich mit Covid vorgegangen werden sollte. Die Spannungen stiegen eben bis zu dem Punkt, dass es dann an dem einen Abend halt gebrannt hat. Genau. Und das war so, zu dem Zeitpunkt waren wir im NGO-Haus. Und dann kam die Nachricht, dass es brennt. Und wir wussten alle, also wir wussten erstmal alle nicht, was genau brennt, weil es gab ja einige Feuer in Moria. Dann gingen aber die Videos rum unter den Geflüchteten, die uns dann auch erreicht haben. Und es wurde klar, dass halt das Camp nicht mehr steht. Also das komplette Camp brennt und alle evakuieren sich. Und die waren alle auf dem Weg nach Mittellini. Was dann passiert ist, also es war ein ganz großes Chaos. Aber grundsätzlich hieß es dann irgendwie, die Polizei blockiert vor Mittellini. Und dann hieß es aber im Nachzug auch noch, die Polizei blockiert vor dem Camp. Also nicht, dass die Menschen im Camp bleiben mussten, mit dem brennenden Camp, aber die konnten nicht vom Camp weg sozusagen. Da stand die Polizei wohl mit Tränengas. Und auch vor dem Camp waren wohl auch Faschos und haben quasi dort die Menschen abgehalten, Richtung Stadt zu kommen. Genau. Wir haben so probiert, was wir konnten in dieser Nacht irgendwie Damage Control mäßig zu machen. Also Menschen zu evakuieren, die wir evakuieren konnten. Aber wir hatten natürlich keine PKWs oder so. Es gab auch keinen Evakuierungsplan von vornherein. Also für Feuerfälle. Trotz der mehreren Brände, die schon vorab passiert waren. Genau. Ja, und am nächsten Morgen, also es war eine ganze Nacht, wo die ganzen Geflüchteten halt weitergelaufen sind. Und keiner hatte einen Überblick, keiner hat irgendwie eine Stellung genommen und die Führung übernommen. Die Polizei hat wie gesagt nur blockiert. Das war das Einzige, was wir von der Regierung bekommen haben in der Nacht. Genau. Und unter den NGOs war auch keine Koordination. Ja. Am nächsten Morgen stellte sich dann raus, dass die quasi, also dann stagnierte das Ganze und die standen alle auf der Straße. Was man ja auch in den Medien gesehen hat. Also Karatepe quasi war das. Das war einfach so kilometerlang auf beiden Seiten von Polizeiblockaden abgeschlossen. Also die hatten auf beiden Seiten drei Busse gestellt mit Ride Please, mit Schildern und Schlagstöcken und Tränengas. Genau. Und wir haben dann, dann war die Frage, wie wir jetzt weiterarbeiten, ob wir da reinkommen und so weiter und so fort. Und es wurde probiert zu kooperieren von der NGO, mit der ich war und auch allen anderen NGOs, die haben sich zusammengesetzt mit den Regierungsorganisationen, um zu gucken, wie wir da reinkommen können. Und wir sind tatsächlich an dem einen Abend, also an dem ersten Abend dann reingegangen. Wurden dann aber evakuiert nach einer halben Stunde. Also wir haben so aus den PKWs raus ein bisschen Medizin gemacht, aber wir hatten keine Übersicht von den Patienten. Wir wussten nicht, ob es Brandverletzte gibt. Wir wussten nicht, ob es irgendwelche Verletzten von den Auseinandersetzungen gab. Also wir hatten überhaupt keine Übersicht. Es ist auch keiner durchgefahren, um sich das anzugucken. Wir haben uns an der einen Seite von der Straße gestellt, weil weiter durften wir auch nicht gehen. Das haben wahrscheinlich auch der Großteil der Leute nicht mitgekriegt, dass wir dort sind. Genau. Und es hieß auch, irgendwie vor Moria sind noch viele Leute, weil die ja auch nicht weiterlaufen konnten mit den Faschisten und den Polizisten und alles. Es war halt Chaos. Also der erste Tag war absolutes Chaos. Und genau. Und dann war die ganze Woche, also wie vorhin erwähnt, ich bin ja irgendwann aus der NGO ausgestiegen. Die ganze Woche ging dann weiter so, dass man sich immer wieder mit der Regierung zusammengesetzt hat, probiert hat zu kooperieren und es nicht funktioniert hat. Also die Menschen sind vier, fünf Tage ohne Wasserversorgung, ohne Essensversorgung, ohne medizinische Versorgung dort auf dieser Straße gewesen mit 35 Grad auf dem heißen Asphalt. Ja, alles. Kinder, Familien, Single-Mans, die waren alle halt da, haben sich selbst aus irgendwelchem Schrott Zelte gebaut und mussten im Meer baden. Und genau. Also die vier Tage hatten wir keine Einsicht, was da drin los ist, außer von Videos, die uns von Geflüchteten zugeschickt wurden. Wir kamen auch nicht rein. Innerhalb der NGOs entstanden auch Spannungen, weil man darüber diskutiert hat, was man jetzt machen soll, ob man noch weiter als NGO funktionieren kann oder ob man jetzt einzeln da reingehen müsste, irgendwie in koordinierten Teams und eben diesen NGO-Titel ablegt, weil das Problem war eben, dass die Polizei alles, was mit NGO betitelt war, blockiert hat. Also man kam da nicht rein. Zivilisten kamen da rein. Also wenn man als Journalist reingegangen ist oder sowas oder als Einzelhelfer, dann war das möglich. Dann haben die da irgendwie kein Problem gehabt. Es gab aber auch einen Tag, wo wir da hingegangen sind, um mit einer anderen NGO zu kooperieren. Und der Politist hat uns angehalten an der Blockade, hat gesagt, wir müssen da anrufen. Die waren halt drin, die andere NGO, hat gesagt, wir müssen anrufen, die sollen uns abholen. Dann kam der mit einem Van, ist rausgefahren. Wir sind eingestiegen. Er hat gewendet und wollte wieder reinfahren. Der Polizist hat ihn angehalten, hat ihn nicht wieder reingelassen. Also es war absolute Willkür, was da passiert ist. Genau, währenddessen erreichen uns ja immer wieder Videos von Demonstrationen, wo die Polizisten halt eben auch unabhängig von, wer vor ihnen stand, quasi mit Tränengas gefeuert haben. Das heißt, wir wussten, dass die Lage sich immer weiter zuspitzt. Die Hitze war immer noch da. Es gab immer noch gewalttätige Auseinandersetzungen. Die Menschen hatten immer noch keine effiziente Versorgung gehabt. Es gab ein paar unkoordinierte Versuche, irgendwie dort Essen reinzuschmuggeln. Es hat aber auch nicht funktioniert. Ja, genau. Ich bin dann ausgestiegen, weil es dann hieß, wir können kooperieren. Und wir sind tatsächlich mit denen reingegangen, mit der Organisation, also von der Regierung, der Gesundheitsorganisation. Und wir sind reingegangen und sind durchgelaufen, ein ganzes Stück. Das heißt, man hatte schon so einen kleinen Eindruck, von was da los ist. Die Menschen kamen von allen Seiten, weil die gesehen haben, dass wir halt Medizin mitbringen. Kamen von allen Seiten. Wir sind aber weitergelaufen, sind komplett einen Berg hochgelaufen, also wieder raus aus der Straße, auf den Berg rauf. Und sollten uns dann da oben niederlassen. Dann war da unten aber wieder eine Demonstration, die war aber diesmal gewaltfrei. Und dort oben wurde uns aber gesagt, die Polizei hat gesagt, alle müssen evakuieren. Wir haben nicht mal aufgebaut. Wir sind hochgelaufen, standen da 15 Minuten und dann hieß das Notevakuierung. Die haben uns in Vans reingeschoben und wir sind runtergefahren und mussten raus. Und wir sind halt natürlich die Straßen lang gefahren und haben gesehen, was los war. Und es war halt nichts los. Also selbst die Demonstration, die los war, hatte sich wieder aufgelöst. Wir sind raus, mussten wieder nach Hause, also wurden von unserer NGO wieder nach Hause geschickt, weil die auch sehr vorsichtig waren mit Evakuierung und möglichen Auseinandersetzungen. Die wollten uns halt nicht in Gefahr bringen, was ja nicht verkehrt ist. Und dann saßen wir aber zu Hause und abends kam dann raus, dass wohl die Gesundheitsorganisation der Regierung, denen hat das nicht gepasst. Da gab es irgendeine Kommunikationsschwäche zwischen den einzelnen Abschnitten innerhalb dieser Straße und die wussten nicht, dass wir kommen. Und als wir dann da oben waren, hat denen das nicht gepasst und die haben sich das halt ausgedacht. Also wir wurden, die haben einfach ganz klar Farbe bekannt, dass die uns hindern an der Arbeit. Und dann gab es eben eine Diskussion innerhalb unserer NGO, ob wir das jetzt wirklich einfach lassen sein lassen und auf eigene Faust da reingehen, quasi ohne NGO-Titel, ohne NGO-Erkennungszeichen, irgendwie T-Shirts oder sowas. Und da gab es viele Diskussionen und letztendlich bin ich dann ausgestiegen quasi und habe gesagt, ich glaube nicht, dass das Konzept NGO, wie das jetzt gerade ist, hier funktioniert. Ich glaube, es wird mehr helfen, wenn man quasi allein koordiniert reingeht. Und es gab ja viele Leute in Mittellinie, die dort waren und helfen wollten. Und daraufhin habe ich ja dann auch Kontakt zu Kados aufgenommen und gesagt, wie sieht es aus, Berichterstattung, weil hier möchte keine NGO-Bericht erstatten, weil wenn sie das tun, dann wird es noch unmöglicher sein, mit der Regierung irgendwie da zu einem Schluss zu kommen und mitzuarbeiten. Ja, daraufhin habe ich dann auch ein paar Journalisten getroffen und wir haben dann auch gleich gesagt am nächsten Tag, dass wir uns morgens um vier da reinschleichen. Also man konnte so über die Olivenhine, die waren normalerweise vom Militär abgesperrt, so von acht bis 20 Uhr, glaube ich, war das, oder 21 Uhr wurde das abgesperrt. Also sie standen dann da mit ihren Autos und haben einen zurückgeschickt und gedroht, dass sie die Polizei rufen, wenn man da weiterläuft und so weiter. Und irgendein Journalist, der eine von denen, hatte halt diesen Insider bekommen, dass die von acht bis 20 Uhr da sind und dann hieß es, okay, wir schleichen uns am nächsten Morgen um vier, fünf Uhr da rein und verstecken uns unter den Geflüchteten in deren Zelte, weil es jetzt zur Evakuierung kommt, weil dieses neue Camp eben entsteht, da unten. Und es wollte keiner in dieses neue Camp, weil ich glaube am Anfang sind 300 Leute freiwillig reingegangen und die haben dann festgestellt, was da halt los ist. Also das war so in so einem Tal direkt am Meer. Es war windig, also richtig windig. Man konnte nichts mehr aufnehmen, weil es halt komplett übertönt würde vom Wind. Es war nass, also weil der Wind natürlich das Wasser mitgetragen hat. Die Zelte waren sechs Mann Zelte, die zu zehnt gefüllt wurden. Das war, wie dann, ich glaube, im Nachhinein rauskommen sollte, auf einem ehemaligen Militärgelände. Also da wurden dann tatsächlich so regelmäßig Waffenschrottteile gefunden. Also kleine Ausschweifer heute laufen die vom Militär immer noch da lang und scannen quasi nach Blindgängern und so weiter. Auf jeden Fall das, das Essen war noch nicht geregelt, das Trinken war noch nicht geregelt, die Toiletten waren noch nicht geregelt, da waren halt 300 Menschen drin. Keiner wollte da mehr hin. Dann gingen auch Gerüchte rum, dass man alles abgeben muss, Papiere, Handy und so. Das hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt, aber es wollte auf jeden Fall keiner hin. Die Maßnahmen, die die Regierung dann getroffen hat, war eben über zwei Tage dort in diese Straße reinzugehen, Karatepe, und da Zwangs zu evakuieren. Also die sind da mit hunderten Polizisten und, ja, hunderten Polizisten sind die da durchgelaufen, haben aus Griechenland extra Frauen reinfliegen lassen, also weibliche Polizisten, damit es vor der Presse besser aussieht. Also, es ist kein Spaß, das ist so gewesen. Auf jeden Fall sind die dann da durchgelaufen und der erste Tag war relativ friedlich, weil da die Vulnerables quasi evakuiert wurden, also es waren dann Frau und Kinder, Familien. Der zweite Tag, da waren halt die Männer übrig. Und an dem Tag sind wir dann reingeschlichen. Den ersten Tag hatte ich leider verpasst, weil ich noch in der NGO war. Und wir sind dann reingeschlichen, haben es geschafft, so die Hälfte des Durchmarsches zu filmen. Daraufhin wurden wir dann aber gefunden und von zwanzig Polizisten rauseskortiert und haben dann leider nichts mehr mitbekommen. Es war wohl aber nicht mehr so gewalttätig, weil die Menschen waren halt auch einfach gebrochen. Also es war einige Zeit vergangen, dass die da in ihrer Hitze da draußen waren, dass die kein Essen, kein Trinken bekommen hatten. Also die Menschen hatten einfach keine Kraft mehr, selbst die, die ursprünglich nicht mehr da hin wollten. Man hat das richtig gesehen über die Wochen, die Menschen, die nicht mehr hin wollten, ursprünglich nicht hin wollten, am Ende war denen das so ein bisschen egal. Also die wollten einfach nur noch was zu essen und zu trinken haben. Und man hat das richtig sehen können. Also auch diesen Hoffnungsschimmer sozusagen. Bei Moria war alles kacke. Dann hat es gebrannt, dann dachten sie kurz, jetzt passiert was. Und dann haben sie erkannt, es passiert nichts. Und man hat das richtig gesehen, sowohl bei den Geflüchteten wie auch bei den NGOs. Man hat das überall gesehen. Ja, auf jeden Fall wurden dann evakuiert. Und viele sind aber eben doch in die Olivenhäine, haben sich da so ein bisschen versteckt und so. Und vor Moria waren ja auch noch viele Leute übrig. Also so, ich weiß nicht, 400, 500 Leute waren auch dort noch. Da sind wir auch hingegangen, um das zu dokumentieren und auch zu gucken, ob da irgendjemand drastisch medizinische Hilfe braucht. Medizinisch war da nicht so viel. Die Leute schienen ein bisschen mehr Glück zu haben, weil dort nicht so eine extreme Polizeiblockade war. Und dadurch auch dort Food Distribution funktioniert hat. Also da waren weniger Menschen, da war eine bessere Essensaufteilung. Das heißt, die schienen tatsächlich ein bisschen mehr Glück zu haben, als die Leute, die es geschafft hatten, in der Nacht des Brandes zu evakuieren. Auf jeden Fall sind wir da hingegangen, weil es dann hieß, die Polizei evakuiert da auch in das neue Camp. Und da sind wir und da haben wir Aufzeichnungen von, wie die Polizei uns verbietet, da irgendwas aufzunehmen, irgendwas zu fotografieren. Also absolute Entgegenstellung. Und wir haben nichts gemacht. Also wir haben wirklich nur dokumentiert mit Presseausweis und allem drum und dran. Ja, die wurden dann da auch reingeschoben. Und dann waren die erstmal alle im Camp und wir kamen dann nicht mehr rein. Also ins Camp kamen wir erstmal nicht mehr rein. Und dann war so ein bisschen die Frage, was wir jetzt machen. Und wir haben dann aber erfahren, dass tatsächlich doch noch so ein paar Leute draußen sind. Und wollten den dann essen und trinken bringen. Und dann hieß es aber von der Regierung, das war ein offizielles Statement, dass das mit einer Geldstrafe verhangen wurde, die Menschen zu versorgen. Also die wollten die tatsächlich aktiv quasi dehydrieren, verhungern lassen, dass die eben ins Camp müssen, um was zu bekommen. Genau. Die Menschen sind letztendlich friedlich reingegangen, also weil die ja keine andere Wahl hatten, sind dann friedlich reingegangen und waren dann erstmal in diesem Camp. Ich hatte in meiner ganzen Arbeit einige Nummern aufbekommen von Geflüchteten, weil ich mit denen dann im Austausch war und so weiter. Und bin dann, ich kann es zeitlich jetzt nicht mehr einordnen, aber irgendwann aufgewacht morgens mit der Nachricht so, Bruder, mir geht es ganz schlecht. Es gibt hier kein Essen, kein Trinken, die Toiletten sind hier nicht da. Über die Situation im Camp reden wir gleich noch ein bisschen. Nein, aber erstmal zusammenfassend lässt sich also sagen, es war eine absolute humanitäre Notlage, aber jegliche Hilfe wurde nicht zugelassen, wurde aktiv von offizieller Seite verweigert. Und darüber hinaus war sich die, die die Hilfe verhindert haben, waren sich dabei schon auch einer Schuld bewusst und haben eben dann auch Berichterstattungen verhindert und haben noch extra, wie gesagt, weibliche Polizistinnen geschickt, damit das wenigstens ein bisschen besser aussieht. Und da sind also mutmaßlich doch einige Menschenrechte mit Füßen getreten worden. Aber wie wir wissen, also nicht nur vor dem Brand war die Situation schon katastrophal und wir als Cardus haben tatsächlich auch schon nicht nur 2016, sondern jetzt auch wieder 2020 versucht, Hilfe zu leisten und haben da eigentlich im Mai uns auch schon an Griechenland gewandt mit einem Angebot. Sebastian, kannst du da erzählen, wie wir da versucht haben, uns zu engagieren? Ja, das muss ich jetzt mal erklären, dass NGOs ist ja ein Sammelbegriff und NGOs lassen sich ja ganz unterschiedlich beschreiben. Und es gibt auf Lesbos und auf den meisten griechischen Inseln wird ein ganz Großteil der Arbeit von den NGOs gemacht, die könnte man als so eine Art Grassroots bezeichnen. Also junge NGOs, kleine NGOs, sehr dynamisch, bereit, relativ viele Risiken einzugehen, bereit, sehr, sehr, sehr konkret und ground zu arbeiten. Die haben sich in den letzten Jahren natürlich auch diesem Druck der griechischen Regierung beugen müssen und haben zum Beispiel Registrierungsprozesse als NGO vor Ort gemacht. Aber was es weniger gab tatsächlich in der Arbeit und Ground waren diese ganz großen Hilfsorganisationen, die etabliert sind, die das Material hätten, was du vermisst hast, und man hätte sagen können, dann gibt es halt irgendwie wieder einen Ultraschall, dann gibt es halt das Equipment, was man braucht, um wirklich arbeiten zu können. Und Carlos hat ja vor ein paar Jahren entschieden, nicht nur diesen Weg Grassroots zu gehen, sondern parallel dazu auch diesen etablierten Weg mit einzugeschreiten. Einfach weil wir gesehen haben, es gibt in solchen Katastrophenfällen ja schon tatsächlich den Need einer Organisation von Organisationen untereinander. Und dass wir da gesagt haben, gut, wir wollen uns dem ganz gerne stellen, je größer unsere Projekte wurden, und haben bei der WHO gibt es ein Klassifizierungssystem, das nennt sich EMT, Emergency Medical Teams, und die Klassifizierung haben wir angefangen vor ein paar Jahren. Wir haben immer wieder, wie auch in Bosnien, weiterhin als Grassroots auch gearbeitet, sind aber eigentlich über dieses EMT-Netzwerk bei der WHO angeschlossen. Jetzt ist die Sache die, was in einem Land passiert, ist Sache des Landes. Das ist nun mal so. Wenn der griechische Staat sagt, hier ist alles Tofte, dann ist da alles Tofte. Also kann man leider nicht ganz viel dran machen. Wenn der griechische Staat aber selber sagt, bei uns ist gerade richtig Not, dann kann er sich an die WHO und an die UN wenden und kann dann sagen, hier, wir haben eine Notlage, wir brauchen Hilfe. Und in dem Moment würde die WHO wiederum sagen, okay, was für Hilfe braucht ihr, bitte stellt einen, das nennt sich Request. Ein Request der lokalen Regierung, die halt sagen müsste, hier ist Folgendes, was gerade irgendwie nicht gut ist. Wir haben, du meinst, seit Mai, ich habe es gar nicht genau auf dem Schirm, ich glaube, seit Mai haben wir versucht, sozusagen offensiv die Regierung dahin zu drängen, einen sogenannten Request auszulösen. Und nicht nur wir, dafür sind wir viel zu klein, aber in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel, weil wir haben gesehen, was fehlt auf den Inseln, in dem Lager, sind zum Beispiel Testkapazitäten, um tatsächlich Corona frühzeitig nachweisen zu können, nicht nur anhand der Symptome zu diagnostizieren, sondern wirklich sagen zu können, hier haben wir einen eindeutigen Test, was hier in Deutschland und den meisten Staaten total üblich ist. Wir sind aktiv auf die Regierung zugegangen, haben gesagt, ey, wir würden kommen, wir würden das machen. Das finden wir wichtig. Vor Ort gab es genau, was du gesagt hast, diese Isolierstation. Eine Isolierstation macht halt wenig Sinn, wenn ich nicht nachweisen kann, erst mal, wer isoliert werden muss. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir würden da hingehen. Wir hatten ein sogenanntes Rapid Response Deployment Labor, das mitgegangen wäre. Robert-Koch ist das unterstützt. Und die griechische Regierung sagte damals, ihr müsst nicht kommen, hier ist alles super, wir haben übrigens 500 mobile Labore. Und es war da schon klar, so ein mobiles Labor, ich glaube, Deutschland hat vier davon, die sind immens teuer, die kosten dann in der Anschaffung, weiß ich nicht, Viertelmillion oder was. Wenn Griechenland sagt, wir haben 500 mobile Labore, dann war schon relativ klar, das ist einfach nicht die Realität, sagen wir es mal so. Wir haben es, wie gesagt, über die WHO versucht, einen Request auszulösen. Wir haben bilateral das dann versucht, nochmal diesen Request auszulösen, um dorthin gehen zu können. Das ist mal wieder dieser Unterschied. Natürlich kann man als Organisation hingehen, sich registrieren lassen in Griechenland und dann arbeiten. Und da muss man immer wieder aushandeln, was darf man, wo darf man, wie darf man. Wenn der Staat so einen Request auslöst und sagt, wir brauchen Hilfe, da sind da so ein paar Leitbahnen einfach schon mal geklärt. Und das war das, was wir wollten, nämlich, sie wollen uns, dann müssen sie uns auch lassen vor Ort. Es hat bilateral nicht funktioniert, es hat über die WHO nicht funktioniert. Irgendwann war natürlich auch die Frustration relativ groß. Dann kam der Brand, wo dann nochmal gedacht wurde, jetzt muss doch irgendetwas passieren tatsächlich in diesem Hilfesystem. Und das kam dann auch. Ich glaube, vier Tage nach dem Brand, abends um 22 Uhr, kam dieser Request von der griechischen Regierung, hier, Lesbos, wir haben Not, wir brauchen international Hilfe. Und in so einem Moment ist es trotzdem noch nicht so, dass man halt dann einfach sofort hingehen kann, sondern man muss dann auf diesen Request antworten und muss halt sagen, okay, das, was ihr braucht, das könnten wir liefern. Das haben wir gemacht. Das war ein riesiger Aufwand, zu schauen, wen finden wir jetzt auf so einem freiwilligen Pool, wer könnte sofort gehen. Das Equipment, ist das alles fertig, haben wir die entsprechenden Medikamente etc. Das haben auch große und etablierte Organisationen gemacht, wie der ASB zum Beispiel. Und es haben einige EMTs gemacht, die eher so Stabsteams sind. Was für uns in dem Moment nochmal das auf diese Krise bezogene tatsächlich wirklich so ein bisschen Augenöffnende war. Wir haben, glaube ich, auf diesen Request am Freitag geantwortet. Also nochmal plastisch, ein Staat sagt, wir brauchen Hilfe, wir kriegen es nicht geregelt. An einem Dienstag spätabends. Freitag, da sind wir schon Tage ins Land gegangen, antworten wir drauf und sagen, wir haben alles zusammen, wir haben alles gecheckt, wir haben das Team, wir haben das Material, wir könnten los, wir könnten morgen im Flieger sitzen. Dann wurde es Samstag, dann wurde es Sonntag, dann wurde es Montag. Wir haben natürlich auch nachgefragt und das muss man sich mal vorstellen. Man sieht in den Medien, da sitzen 13.000 Menschen auf der Straße. Wir hören von Menschen on ground, die mit diesen Grassroots halt diese wichtige Arbeit machen, denen es aber an Material fehlt, teilweise auch an Human Power vielleicht und vor allem an Zugängen zu den Menschen. Hört man, wie schlimm die Lage ist und wir kriegen keine Antwort. Und wir haben dann von unserer Seite aus wieder versucht, zusammen auch mit ASB und RKI, initiativ auf die WHO einzuwirken und zu sagen, könnt ihr bitte mal sagen, was jetzt Phase ist. Dienstagabend wurde um Hilfe gefragt, es ist eine Woche rum und wir wissen nicht, was ist los. Und da kam also mehr oder weniger bei rum, ja, ein Team, also ein Team, das sich sozusagen beworben hat, auf die Hilfe, die angefragt wurde, wurde auch genommen. Das ist ein Staatsteam und damit halt nicht eine Non-Governmental-Organisation, sondern ein skandinavisches Staatsteam. Das wurde angenommen von der griechischen Regierung. Und also ein Team, das sind das 25 Menschen für 13.000 Leute, die auf der Straße sitzen. Das ist halt der Weg, über den wir versucht haben, tatsächlich auch wieder in dem Moment Hilfe zu leisten. Und man kann schon zusammenfassend sagen, dass halt nicht nur die selbstorganisierte Hilfe von Organisationen, die sich zwar auch registrieren und versuchen, den Regeln zu folgen, dass die massiv behindert wird, sondern dass auch dieser internationale Hilfemechanismus in dem Moment eigentlich, muss man das schon so nennen, fast missbräuchlich benutzt wurde von der griechischen Regierung. Und indem nach außen gesagt wurde, ja, wir haben ein Problem und dann holt man sich ein Team von 20, 25 Menschen halt dahin für so eine riesige katastrophale Lage, die ja allen bekannt ist. Das ist, glaube ich, so das, was zusammengefasst ich für die Carlos-Geschichte sagen könnte. Zumal dann das Team, was angefordert wurde und was dann deployed wurde und da auf Lesbos war, das hat dann ja auch nicht die Menschen auf der Straße versorgt, sondern wurde dann eben in dem Camp eingesetzt, wo eigentlich zumindest am Anfang auch niemand hin wollte. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine schwierige Situation, also wie wird die humanitäre Hilfe dann tatsächlich eingesetzt? Denn humanitäre Hilfe soll ja eigentlich einfach nach dem größten Bedarf oder nach dem dringendsten Bedarf eingesetzt werden und nicht nach irgendwelchen politischen Kalkülen. Also auch das wieder eine schwierige Frage. Und Louis, du hattest ja vorhin schon angefangen zu erzählen, was du so aus dem Lager hörst. Hast du da, also aus dem neuen Lager jetzt, das sich auch Karatepe nennt? Es gab vorher, oder gibt es immer noch ein kleineres Lager Karatepe? Das gibt es schon ganz lange, aber das große heißt jetzt auch, das große neue heißt jetzt auch Karatepe. Ich habe gehört, es heißt jetzt R-I-C, RIC. Das steht für, ich müsste nachgucken, aber es heißt jetzt RIC. Okay, das neue Lager RIC. Also hast du da noch mehr Informationen, wie da die Situation jetzt gerade ist? Ja, ja, also vielleicht nochmal, um darauf einzugehen. Das war so, ich habe es ja mitbekommen über Kados, wann ihr den Request, auf den Request geantwortet habt. Da waren die Menschen ja noch auf der Straße und diese ganze Zeit, in der ihr gewartet habt, in der Zeit wurde das Camp eben gebaut. Da war halt keine medizinische Hilfe und ich denke mal in der Zeit, als ihr dann angefragt habt und mitgekriegt habt, dass das nichts wird, in der Zeit haben die dann quasi eben die Norweger da reingelassen in das neue Camp. Und auch die anderen NGOs, also die haben quasi erst auf diesen Request, den sie selber gestellt haben, reagiert, als dieses Camp gebaut war. Der Request war gar nicht auf die Straße, also das war glaube ich gar nicht drin. Genau. Naja, auf jeden Fall das neue Camp, das ist halt umzäunt. Ist auf, hatte ich ja gesagt, ist am Meer direkt, ist nass, ist kalt. Es sind sechs Mahnzelte, in denen zehn Leute wohnen. Die Zelte stehen auf dem Boden, also es gibt keine Paletten oder was weiß ich da drunter, sondern es ist halt direkt auf dem steinigen Boden dieses ehemaligen Militärgeländes. Da wird regelmäßig Waffenschrott gefunden und das sind halt jetzt alle Geflüchteten, die in Moria waren, sind jetzt eben dort. Und für die Sanitäranlagen haben die quasi Dixi-Kloster aufgestellt. Also ich habe tatsächlich einmal eine Drohnenaufnahme gesehen, das sind dreimal, ich weiß nicht, 50 Dixi-Klos nebeneinander aufgestellt, dreimal. Über das Camp verteilt. Das Wasser wird einmal täglich verteilt, das sind 1,5 Liter pro Person. Die haben die Anweisung von der Regierung, es nicht zum Waschen zu benutzen, weil es halt nicht reicht. Also sprich, die Menschen sollen sich im Meer duschen und auch die Klamotten im Meer duschen, weil es gibt halt keine andere Wasserversorgung. Das Essen wird einmal täglich auch verteilt. Dazu habe ich dann auch noch von einem Geflüchteten später was zum Vorlesen. Ich habe davon auch Bilder gesehen, also das ist Brühe, das ist ungekocht, das ist halt kein Essen und es wird einmal täglich verteilt und recht spät am Tag. Irgendwann wurden die Geflüchteten auch zugelassen, dass sie rausgehen und es gibt so einen Lidl-Markt, der nicht weit weg ist, da können sie halt hingehen. Aber da versammeln sich dann quasi alle Menschen, sprich das dauert Stunden da reinzukommen. Und anfänglich war das noch so, dass die Geflüchteten halt raus konnten, die mussten sich nur registrieren und dann konnten sie raus. Mittlerweile ist es so, dass nur eine bestimmte Anzahl am Tag raus kann. Also selbst diese Essenssache hat sich jetzt irgendwie mehr oder weniger erledigt, bei Lidl einkaufen zu gehen. Was hatten wir? Wir hatten das Wasser, wir hatten das Waschen, wir hatten das Duschen. Ja, genau. Und die NGOs, das ist jetzt so, die NGOs, die sind alle vorne in dem Camp. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr bei einer NGO gearbeitet, deswegen weiß ich nicht so genau, was sie machen. Aber so wie ich es gehört habe, haben die sich da unterteilt quasi. Also manche machen quasi die Chronic Care Patienten, die eben chronische Erkrankungen haben, irgendwie Diabetes, Medikationen brauchen, sowas. Dann gibt es die Wundversorgung und dann eben immer noch Emergency. Aber es ist halt direkt am Anfang vom Camp und das erstreckt sich. Das ist dasselbe wie bei Moria, das ist keine Infrastruktur. Also es ist halt ein langer Weg. Und die NGO, bei der ich gearbeitet habe, die arbeitet immer noch auf Spendenbasis. Also die arbeiten jetzt nicht mit Substituten von der Regierung, sondern die arbeiten immer noch auf der Spendenbasis von Menschen, die online irgendwie über Fundraising da Geld zukommen lassen haben. Und die haben auch Bilder von ihrer Apotheke jetzt heute hochgeladen zum Beispiel, dass es wieder nur aus Kisten, Medikationen, also es ist wieder dasselbe Spiel wie bei Moria, dass man Paracetamol für Nierensteine vergibt oder Schmerz, Nähen, also Wundenversorgung, irgendwie Nähen macht man mit wirklich spartanischen Mitteln. Also da wird ein bisschen Schmerzmittel gegeben und dann werden die Menschen auch wieder entlassen, wo sie eigentlich irgendwie noch eine langfristige Wundversorgung bräuchten. Genau, wir haben Menschen, die eigentlich an der Überwachung sein müssten. Die werden, es gibt ja keine Überwachung, die werden dann wieder ausgeschickt ins Camp. Also das ist eigentlich genau wie Moria quasi. Nur diesmal haben sie diesen Zaun, den sie ja haben wollten um Moria, den haben sie halt vorher gebaut und dann den ganzen Geflüchteten reingelassen. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Bericht einmal vorlesen soll von dem Kollegen, ob wir das zum später... Ja, wir können da nochmal eine Stimme direkt. Genau, also ich habe ja wie gesagt immer noch diesen Kontakt zu den Geflüchteten und die schicken mir halt regelmäßig Bilder und wir hatten ja auch überlegt, ob wir dazu was zeigen. Das haben wir dann abgelehnt, weil es doch irgendwie nicht ganz in den Kontext passt. Aber zumindest diesen Bericht würde ich jetzt einmal vorlesen. Den habe ich mir gestern Abend zuschicken lassen von dem Geflüchteten. Es wurde mir dann übersetzt. Also ich habe nicht die Übersetzung gemacht, sondern das war von einem Geflüchteten, der beide Sprachen spricht. Also es ist jetzt unverfälscht sozusagen, was wir hier vorlesen. Genau. Ich weiß nicht, ob du einmal hier kurz halten kannst. Danke. Naja, ich kann es dann halten, wenn ich reinspreche. Okay. In the new camp... In the new camp, thousands of refugees live right now. Unfortunately, there is no bathroom for the refugees. Nobody can take a shower. About the hygiene. Everybody suffers. The other point is that the male refugees, they can go to the sea. They have to go to the sea for taking showers. But the females, they can't. It's difficult to go to the sea with a lot of men around them. They don't want this. They have to wait, wait, wait. It's not clear how long. The other point of the bathrooms, thousands of people are living in the new camp. But there are only a few toilets for all the people. So the people suffer from this as well. They cannot go to the toilets. There are only a few. So they have to go far away to relieve themselves in the bushes around. It's a bad problem for them right now. The first days when the government installed the toilets, they cleaned every day. But nowadays, there is nobody to clean the toilets from the government. The food. One person should eat three times a day. Breakfast, lunch and dinner. But in the new camp, the refugees, they only eat food once per day. And the time for getting the food is in the afternoon. At 3.30 or at 4 or at 5 o'clock. It's not clear exactly. Because the food trucks, they come late. The food is only one tomato, one bread, one small cheese in a plastic bag. And also one food that is not well cooked. The refugees have to cook it again. But there are no tools to cook. It's really difficult for them to face something like this. Genau, also es ist im Grunde ja das, was wir besprochen haben. Aber, ähm, es, also, das ist halt das, was die Regierung an Maßnahmen getroffen hat, um das zu machen. Ähm, das ist alles, was wir da besprochen haben gerade. Das ist nichts, ja. Und es wird halt keiner reingelassen, ne? Also es ist, es wurden, also Presse, die reinprobiert reinzugehen, die wird verhaftet, die wird mitgenommen, die wird festgehalten und interviewt. Und wird dann nach vier, fünf Stunden wieder, ähm, entlassen. Menschen, die probieren, Essen zu verteilen, die werden auch abgehalten, werden auch verhaftet. Also selbes Prozedere. Ähm, jegliche Eigeninitiativen sozusagen werden abgeschirmt. Ähm, und es gibt halt nur die Möglichkeit, über die Regierung das zu machen, die das aber eben nicht effizient, ähm, bewältigt. Ja. Ja, krass. Also auch da, obwohl es ein offizielles Camp ist, ähm, auch da wird, ähm, ja, ist Hilfe nicht wirklich vorhanden. Hast du eine Ahnung, ob, ähm, ob es Kommunikation mit den Menschen im Camp gibt? Also ob die informiert werden, über was als nächstes passiert, ähm, oder ob, äh, ob das, ähm, ähm, hat sich das irgendwie geändert, wie es in Moria war, wie es dann auf der Straße war oder wie es jetzt im Camp ist? Also werden die Menschen, also werden die Menschen in irgendeiner Weise informiert über, über, über die Situation, weißt du das? Und was als nächstes passiert? Oder wissen die einfach nicht, was als nächstes passiert? Na, das Problem ist ja, dass es eine Riesenmasse an Menschen ist. Und zum Beispiel Covid ist ein ganz gutes Beispiel. Das wurde denen halt nicht erklärt. Und die verstehen das nicht. Und die Isolationsstation im neuen Camp, die ist mittendrin. Ähm, die ist auch nur mit Zäunen. Also das, ich kenne einen Journalisten, der ist da aus Versehen halt reingelaufen. Also aus Versehen, der hat sich reingeschmuggelt in das Camp und ist halt durchgelaufen und auf einmal stand er da in dieser Covid-Station. Also die ist nicht gut isoliert. Naja, auf jeden Fall, ähm, wird denen das nicht erklärt. Und die werden halt getestet, Familien, und dann haben, werden Menschen, die positiv ausgefallen sind, die werden isoliert, die haben aber keine Symptome unbedingt. Ähm, und die Kontaktpersonen, also die Familien, die dürfen wieder weiter draußen sein. Also auch das verstehe ich nicht. Aber selbst wenn man es versteht, verstehen sollte, es wird den betroffenen Menschen halt nicht nahegelegt, was da gerade passiert. Und die stehen dann ratlos vor einem und verstehen diese ganze Corona-Sache nicht. Ähm, die sehen halt nur, dass die Menschen isoliert werden. Was natürlich auch nur zu diesen Spannungen beiträgt, ne. Also das, es werden Menschen auseinander, Familien auseinandergerissen irgendwie, ohne irgendeine Erklärung. Ähm, nach meiner Abrise verfolge ich natürlich weiterhin irgendwie das, was da passiert. Und auch mit Leuten, die vor Ort sind, irgendwie im Austausch. Und es werden ja jetzt ein paar aufs Festland evakuiert. Auch da heißt das wohl, dass die erstmal nicht wussten, wohin die evakuiert werden. Es hieß nur, sie werden evakuiert. Also so wie ich es mitbekommen habe, ist die Kommunikation jetzt keineswegs irgendwie besser gelaufen. Im alten Camp, da war das halt gar nicht. Da lief überhaupt keine Kommunikation. Da wussten die Menschen nicht, was los ist. Ja, die haben, ich meine, das Problem ist ja auch, die kriegen die Arztbriefe, die sind auf Griechisch. Und dann kommen sie mit den Arztbriefen zu uns und die sind griechisch. Und wir brauchen dann griechische Translator. Und es gibt halt keine Kommunikation zwischen, zwischen jeglichen Institutionen irgendwie, die, was da, was da passiert. Ähm, also die Menschen vor Ort werden halt nicht aufgeklärt in dem, was, was los ist. Auf keinen Fall. Ne. Und das war, in der Straße war es ja gar nicht. In der Straße haben die Menschen auch, das war ja auch ein Problem für uns. Die wussten nicht, warum wir nicht da sind. Also die haben nur gesehen, es gibt da Tränengasverletzte, es gibt da Brandverletzte, es gibt da Leute, die chronische Medizin brauchen. Es gibt da Leute, die essen und trinken brauchen. Und keiner ist da. So, ne. Und die wussten halt nicht, warum. Irgendwann haben natürlich die, die sich reinschmuggeln konnten oder irgendwie über SMS, WhatsApp Kontakt hatten zu den Leuten, konnten denen natürlich irgendwie nahe legen, dass das nicht wir sind, die da nicht reingehen, sondern das ist halt die Polizei. Aber in dieser Straße, da waren sie erstmal rein formell komplett isoliert. Also da wussten sie gar nicht, was los ist. Und das lief halt nur über, ähm, über inoffizielle Streams irgendwie, dass man das bekommen hat. Ja, das ist eine verdammt schwierige Situation. Was kann man da machen als humanitäre Hilfsorganisation? Wie kann man da weiter dran arbeiten? Könnt ihr da, habt ihr da irgendwelche Ideen, wie es weitergehen könnte? Also, ähm, das Problem ist halt, die Leute brauchen dringend Hilfe. Aber wenn man versucht, sich da zu engagieren, dann ist man halt sofort in, in diesem politischen Kreuzfeuer. Und das ist halt alles, ähm, wirklich, äh, eine schwierige und vertragte Situation. Also vielleicht, ähm, nicht nur die Frage an euch, sondern, ähm, tatsächlich auch nochmal die Frage ans Publikum. Wir haben ja, ähm, einen Chat, mit dem ihr euch beteiligen könnt. Also, ähm, ihr könnt uns gerne Fragen über den Chat schicken und wir diskutieren die dann hier. Ähm, ja, ähm, aber das ist halt die große Frage, ne? Kann man sich an dem, ähm, an diesem System beteiligen, ähm, um Hilfe zu leisten? Oder, ähm, sollte man sich da gar nicht weiter involvieren, weil das einfach so vertrackt ist und man so leicht zum Spielball wird, ne? Aber natürlich, ähm, sind wir ja letztendlich, ähm, medizinische Hilfeleistung. Das ist unser Ding, was wir machen und wir wollen natürlich Hilfe leisten. Ähm, wir haben jetzt hier eine Frage aus dem Chat. Ähm. Ähm, gibt es, ähm, Bemühungen, Griechenland juristisch anzugreifen, Menschengerichtshof? Okay, ja, das ist natürlich, ähm, eine interessante Frage und auch eine wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Runde beantworten können. Ähm, wisst ihr irgendwas darüber, ob da, äh, versucht wird, auch juristisch, ähm, gegen diese Lage vorzugehen? Oder ob, ähm, Leute versuchen, sich, ähm, selbst auch juristisch da zu helfen? Also ich kann zumindest sagen, dass aus den Presseaufnahmen, die wir gemacht haben, wo, also diese versteckten Kameras und so, wo es verboten wurde, ähm, zu, zu, zu Bericht zu erstatten, das haben wir weitergeleitet an die jeweiligen Institutionen und daraus wird ein Fall gemacht. Also wie das jetzt menschenrechtlich aussieht, äh, humanistisch, das weiß ich nicht, aber zumindest, ähm, was die Presse angeht, das, das haben wir zumindest, äh, auf Band und haben wir weitergegeben. Und das wird auch weiter nachverfolgt, genau. Okay, also, ähm, ich weiß selber aus der Presse, dass zumindest, ähm, zwei Menschen gegen ihre Situation da geklagt haben und dann auch Recht bekommen haben und von der Insel runtergekommen sind. Ähm, ähm, ja, also, ich hoffe, das passiert noch häufiger, dass Menschen die Möglichkeit bekommen, sich auch juristisch zu wehren, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man in so einem Camp ist und, ähm, eigentlich keinen Zugriff auf entsprechende Infrastruktur hat. Ähm, ich glaube, das Problem ist halt, die, also, wer klagt, weil die Geflüchteten, die, die, die haben ja oft gar nicht sozusagen die Transparenz, um ihre Rechte hier zu kennen, ähm, es gibt natürlich ehrenamtliche Anwälte, die da irgendwie arbeiten und auch vor Ort sind und auch sehr gut sind, aber die haben natürlich als einzelne Person nur eine sehr begrenzte Reichweite irgendwie, um die Menschen aufzuklären über ihre Möglichkeiten und wenn die Geflüchteten nicht klagen, also, wer bleibt dann übrig, um da zu klagen quasi, ne, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Das Problem, was, was da einfach herrscht, dass die Menschen, die eine Gefahr sein könnten, sozusagen, die werden alle in Schach gehalten, also, innerhalb, einfach durch Unwissen werden die in Schach gehalten. Ja, was, ähm, nicht besser wird, wenn so wenige Leute da nur durchgelassen werden, zu den Menschen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ah, wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Bekommen die Geflüchteten im Moria etwas von den Solidaritätsdemos in Europa mit? Hm, ähm, ja, mit den Kontakten, die du hast, hast du da mal was mitbekommen, dass, ähm, Leute das hören? Ja, also, das haben die auch schon zu Zeiten des alten Morias, äh, mitbekommen. Ähm, ähm, natürlich nur eine begrenzte Reichweite quasi, aber die NGOs oder auch eben einfach die Leute, die dort aktivistisch unterwegs sind, die haben ja dann teilweise sehr engen Kontakt zu den Geflüchteten, irgendwie über WhatsApp oder irgendwelche anderen Kanäle. Ähm, ähm, und die Menschen kriegen das natürlich mit und die haben auch eine weitere Tragweite, ähm, und die meisten hatten oder haben zumindest ein Telefon gehabt, ähm, wo die auch viel davon so affektiert werden. Also, zum Beispiel die Steueraktion hier, das haben alle mitgekriegt. Also, sowas kriegen die schon mit. Ähm, das Problem ist natürlich ein bisschen, dass da immer so verwechselt wird zwischen, es ändert sich was und das ist solidarisch quasi, ne? Also, die, die versprechen sich daraus teilweise immer Sachen, die damit gar nicht beabsichtigt sind, ne? Ähm, das, 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 das ist natürlich ein Konflikt. Nicht, dass das jetzt irgendwie die Aktion in Angriff nehmen soll, gar nicht, sondern einfach nur, die kriegen es mit, aber sie können das jetzt nicht unbedingt einordnen in das, was, was das für eine Konsequenz haben kann oder hat, genau. Aber es kriegen sie schon mit, also auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja. Ja, die Frage ist halt auch, also, das frage ich mich jetzt einfach, ob die Menschen in dem Camp, nachdem sie halt, äh, in dem Brand das bisschen, was sie haben, wahrscheinlich noch verloren haben, ähm, ob sie da halt auch noch Möglichkeiten haben, sich selbst zu helfen in ihrer Situation. Also, äh, in, äh, in Moria war das ja noch so, dass, als die Pandemie richtig losging, dass Menschen dann da angefangen haben, selbst organisiert Masken zu nähen, ähm, ähm, und, äh, auch, ähm, eigene Infogruppen zu bilden. Also, wenn es von offizieller Stelle kaum Informations gibt, Informationen gibt über die Pandemie und wie man sich am besten davor schützt, so haben die Menschen vor Ort das doch zumindest relativ selbst organisiert gemacht. Es ist halt die Frage, ob das in diesem Camp noch funktioniert. Hast du da noch mal irgendwas gehört? Also, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich weiß nur, dass im Laufe dieses altes Camp Transition, äh, altes Camp Transition zum neuen Camp, viele Initiativen einfach zerschlagen wurden. Einfach, weil die aufgrund von Räumlichkeiten, aufgrund von Finanzierung, aufgrund von Menschen, die das organisiert haben, äh, keine Kapazitäten mehr hatten. Also, ich weiß, dass vieles halt zugrunde gegangen ist, einfach im Sinne von, es gibt ja auch diese Trennung zwischen, ähm, zum Beispiel, ähm, Geflüchteten, die mit NGOs zusammenarbeiten und als Übersetzer oder sowas, die wohnen alle in Mittellinie und die kommen ja zur Zeit auch nicht mehr rein ins Camp, so, so in die Richtung, ne? Ähm, und viele von denen waren auch beteiligt an Organisationen für irgendwelche Tanzgruppen oder Organisationen für irgendwelche Kirchen oder sowas und, äh, die kommen da jetzt nicht mehr hin. Das heißt, da fällt natürlich dann auch die Initiative flach, die dort drin war. Also, weil ja meistens waren diese Initiativen ja organisiert von Menschen, also von Geflüchteten, denen es ein bisschen besser ging, einfach weil sie irgendwie zugunsten der NGO gearbeitet haben oder sowas, ähm, und eben dadurch die Kapazität hatten, an Mittel zu kommen oder sowas, um sowas zu machen. Ähm, und wenn das jetzt nicht mehr gegeben ist, dann sind halt viele Initiativen, die noch nicht so stark etabliert waren, sind halt einfach alle zu feiern. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt innerhalb des Camps so mit neuen Initiativen aussieht. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, hier ist noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, will Kadus weiterhin versuchen, als Organisation auf Lesbos präsent zu sein? Ja, das ist die große Frage, die ich eben quasi auch schon mal ein bisschen angeschnitten hatte, ne? Ähm, so, wie kann das in dem Kontext funktionieren? Sollte man das tun? Ähm, möchtest du dazu was sagen, ob wir da nochmal versuchen, präsent zu sein? Puh, ich würde mal sagen, es hat meine Meinung, nicht unbedingt Organisationsmeinung. Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, wie entwickelt sich das vor Ort, ne? Ein Moria 2 mit noch mehr Missachtung von Menschenrechten? Kann eine humanitäre Organisation da noch mitmachen oder nicht? Schwierig. Und ich finde, das Demaskierende ist ja tatsächlich, wenn ein Staat einen Katastrophenfall ausruft und dann aber die Hilfe nicht annimmt, die angeboten wird, dann muss man sich auch nicht krass aufdrängen. Also offensichtlich, das, was jetzt geleistet wird, dieses eine Team, das könnte der griechische Staat auch selber. Also ich würde, glaube ich, halt sagen, unter den Bedingungen, die jetzt gegeben werden, würden wir es nicht machen. Aber einfach deswegen, weil es ist ein bisschen Feigenblatt-Politik. In dem Moment, wo gesagt wird, wir wollen wirklich die Situation verbessern, und das ist halt eine Frage von Monitoring und von wirklich vor Ort sich das anschauen, natürlich würden wir das dann machen. Und ich finde auch, das ist so diese ähnliche Diskussion, die wir schon öfter hatten, so eine humanitäre Hilfe ist halt nicht daran geboten, ob man den Staat vor Ort gerade mag oder nicht. Ob man in Syrien oder Jemen mag mal die Bestrebungen, die da laufen oder nicht. Mensch, da hat erstmal Hilfe verdient. Politisch finde ich natürlich diese Refugees ganz besonders nochmal, besonders auf wie lange diese Lage schon so missachtet. wird und wie lange diese Notlage schon da so voranschreitet. Aber das kann nicht passieren, wenn man halt durch die Hilfe, die man leistet, politischen Druck wegnimmt und die Hilfe eigentlich selbst geleistet werden könnte vor Ort. Also wir würden da gerade nichts ergänzen. Wenn die jetzt wirklich sieben, acht, neun, zehn Teams angenommen hätten, weil sie sagen, wir können es gerade selber nicht. Und während der Covid-Geschichte ist es so, viele Staaten sind am Rande der medizinischen Belastungsgrenze mit ihren Systemen. Natürlich, dann wären wir sofort gegangen. Wir wären ja auch gegangen. Nur jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist es halt, da wird mit humanitärer Hilfe Politik gemacht. Und das muss man kritisch betrachten. Jetzt gerade würde ich tatsächlich, es gibt ja die Frage, ob wenn die das eine Staatsteam ablösen wollen in dem Camp selber, da sehe ich die Not nicht für tatsächlich. Und da muss man auch kritisch, das war uns ja auch wichtig, genau dieses Thema, dass es die Vermutung gab, dadurch, dass man diese EMT-Teams reingeholt hat, dass man die Grassroots noch weiter rausdringen wollte. Das muss man auch sehen. Da gab es halt vernünftige Arbeit vor Ort, die vielleicht teilweise an ihre Kapazitäten gestoßen ist von den Ressourcen her. Aber da wäre es einfach sinnvoll gewesen, diese Arbeit zu ergänzen, statt zu sagen, stattdessen holt man sie. Das sind total viele Sachen, die lassen sich nicht ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten. Und die Lage ist, finde ich mittlerweile, eigentlich wirklich fast nur noch politisch zu lösen. Also wir werden die Situation auf jeden Fall weiter eng beobachten und versuchen, auch Möglichkeiten zu finden, die Menschen da vor Ort zu unterstützen. Und letztendlich ist es auch wirklich wichtig, denke ich, dass man immer wieder drüber redet und halt da Aufmerksamkeit drauf lenkt, genau wie du das gemacht hast. Also zum Schluss nicht mehr unbedingt medizinisch, sondern wirklich zu versuchen, erstmal eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und die Nachrichten von den Menschen auf der Straße und in dem Camp halt wirklich außerhalb zu bringen und darauf aufmerksam zu machen. Also das ist auch eine wahnsinnig wichtige Arbeit in dem Kontext. Ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich danke dem wundervollen VOG, dass es die Veranstaltung hier gestreamt hat und dem X1 Hack & Make Space, dass wir hier sein durften. Ja, an alle herzlichen Dank und bis zum nächsten Monat wieder beim nächsten Debate. Tschau. Tschau.